Ein herzliches Willkommen zurück zu Fastbear Entertainment Storage. Wir haben es letzte Folge geschafft, die Nacht 5 abzuschließen und jetzt spielen wir die Nacht 6. Ich bin gespannt, also Nacht 5 war schon sauschwierig und ich weiß nicht, wie Nacht 6 wird. Also ich denke mal, dass das Video auch etwas länger gehen wird. Aber ja, ich bin wirklich sehr gespannt. So, sind wir drin. Genau, Call, den hören wir auch zu, da bin ich auch etwas leise. Oh, yo, was? Warum sieht ihr alle... Stimmt, nach Nacht 5 sollte doch eigentlich die Nacht aufhören. Okay, das macht mir gerade ein bisschen Angst, also... Die Musik ist auch anders, also... Ähm... Das wird... Also... Oh mein Gott, was? Wait, Springtrap? Das ist doch Springtrap, oder? Sorry, ich habe es gerade mit der Aussprache nicht so. Ich bin etwas... Äh... Was zum... Äh... Äh... Äh, was? Oh Gott. Es war einmal kurz Black Screen und dann... Wie building... Oh, Leute, ihr habt alle Fans. Oh, was? Irgendwer steht vor uns. Was? Oh mein Gott. Was geht hier ab? Leute. Wir werden gleich so gejumpt, es geht? Macht euch bereit. Äh... Was zum... Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Okay, wir müssen... Wenn wir diese Geräusche haben, müssen wir die Fans, äh, glaube ich, sealen. Äh... Irgendwer steht hier, kann das sein. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Was habe ich gesagt mit Erschrecken? Something attacked your Power Supply. Fight back, weil es... Ja, okay, okay, okay. Oh mein Gott. Okay, es geht weiter. Oh Gott. Das war jetzt aber wirklich krank, ehrlich, ne? Oh, okay. Das wird interessant. Aber wo ist bitte... Da ist... Da ist die Uhr. Es wird glampig hier vorne, die gerade. Da ist Springtrip. Warum wird das immer lauter? Okay, gleich, wenn diese Sounds kommen, dann müssen wir hoch. Ähm... Diese Musik. Alter, was ist hier los? Ja, Nacht 6 ist ja übelst krass. Ich... Ich... Ich werde auch öfters FNF-Fan Games bringen. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was... Äh... An Videos gemacht, ähm... Die ich dann schneide und dann hinterher auch, ähm... Below Zero und... Äh... Spider-Man Miles Morales. Aber die... Solche Games wird es immer geben. Ähm... Okay, jetzt attackt aber noch nix unsere. Bleiben. Was? Oh. Nein. Oh, oh, oh. It's how you let it pass through, it enters from the world. Ah, lol. Der kommt wie Barney durch die, durch die, durch die Dings. Stimmt, die anderen Animatronics, äh... Ne, Quatsch. Gar nicht. Barney kommt von links. Aber die anderen Animatronics gibt es ja nicht mehr. Also gibt es jetzt... Weil die wurden ja alle zerstört. Also gibt es Freddy und Springtrap. Und dieses etwas, was da oben diese Power Supplies weg macht. Okay. What? Aber warum ist Springtrap auf einmal hier drin? Müsste doch Springtrap sein. Warte, Freddy ist doch auch weg. Das ist ein anderer Freddy. Aber warum haben wir hier zwei Freddys? Waren wir nicht grad blöd? Das Ding ist, ich hab zwar die FNF Games gespielt, aber ich bin noch nicht so in der Story drin. Und ich hab den Film auch geguckt, aber das war ja eher nicht so was mit FNF. War ja einfach nur FNF 1 in milde verfilmt. Äh, warte, was? Ach, das... Okay. Das wird sehr... Das ist sehr interessant. Also das... Aber irgendwie macht das auch mega Bock. Hier. Von the left. Ah, hier. Okay, die sind aber immer noch da. Jetzt sind sie aber langsamer. Wenn wir diese Geräusche haben, dann müssen wir unbedingt da oben dieses... Okay, da ist er jetzt auch. Deswegen achten wir jetzt auch immer darauf. Warten mal. Aber woran erkennt man, dass er da reinkommt? Also... Warte, was? Hä, aber woher? Jo. Oh, mein... It approaches from the left door. Don't let it recognize you listen carefully. Du mich fah... Ja! Was ist das? Und wo war Springtrap jetzt auf einmal? Ich bin mir nicht sicher, das müsste doch Springtrap sein, oder? Aber, Digga, was ist das denn? Junge. Alter. Naja, das wäre auch so ein geiles Streamprojekt... Ähm, Projekt, wenn man das nicht schaffen würde, ne? Das wäre so ein geiles Streampro... Oh, sorry. Alter. Ich werde... Falls ich das heute nicht schaffe, werde ich dann das Video nach so ungefähr 15 Minuten beenden. Ähm... Und dann werde ich daraus vielleicht sogar einen Stream rausmachen, aber auf YouTube... Äh, nicht auf... Oder auf beiden, Twitch und YouTube. Ich habe den Affiliate-Status noch nicht angenommen, das heißt, ich darf auf beiden streamen. Ähm... Das wäre dann so meine Idee... Weil das ist sehr schwer, das ist wirklich sehr schwer. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich das nur auf YouTube streamen soll, oder auch auf, äh, Twitch und YouTube gleichzeitig. Wenn ich es gleichzeitig machen muss, muss die Qualität runter, weil... Twitch supportet nicht so viel... Also... Trotzsätzlich einfach nur schlechter als je nach sich im Maximum. Hm. Wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich denke mal, dass ich es heute nicht schaffen werde. Hm. Ah, lol. Ah, ich weiß, wie es geht. Okay, cool. Oh, oh, my... Was? It's all, you let it pass through. Ja, witzig. Wie denn? Ah, ich glaube, wenn dieses Piep kommt, wisst ihr, habt ihr das gehört? Dieses, ähm, ne? Boah, die Aufnahme geht schon neun Minuten und ich habe noch nichts geschafft. Auch gut. Nein. Ähm, gut. Oh. Wer ruft hier bitte an? Äh, Digga, ja, okay, Freddy ist direkt da. Chillig. Ich glaube, wenn dieses... Habt ihr das gehört da gerade? Dann muss man so machen direkt. Hm. Aber Mangle ist auch tot. Und Blue Boy auch. Tschüss. Wie lang ist das bitte her, dass seitdem hier jemand war? Frag ich mich. Hm. Ja, die Musik ist cool. Passt irgendwie so richtig. Ich glaube, das war das doch, oder? So. Der kann jetzt ja jetzt nicht unser, unser Dings das Ziel. Oh, oh. Äh. Leute. Hä? Aber ich hab doch die Seals. Hä? Ja, aber wieso mit... Ah, lol. Es gibt Elektroshocks. Okay, ich glaube, ich mach daraus ein Spielprojekt. Ähm. Wenn das hier jetzt nicht... Insofern ich heute keine Zeit mehr habe. Weil ich mach heute noch einen Ausflug. Alter. Junge, was ist das? Oh, mein... Junge. Ich seh ihn nicht mal. Ich bemerke ihn nicht. Ich... Mein Gott. Wie schwer ist nach sechs, bitte? Junge. Ich glaube, mein Herz verreckt gerade auch schon. So auf der Schrocken schon. So, gucken wir mal weiter. Aha. Jetzt sind die beiden schon wieder hier vorne. Ich glaube, aber er geht doch hier lang. Oder ist das auch wieder zufällig? Das wäre... Abfuck. Aber ich weiß auch nicht, wie wir das... Wie wir die Dings hier preventen. Ah, lol. Ah. Lol. Ach so. Ja, witzig. Äh. Charging steht da. Hä? Ich hab doch das gedingst. Wie unfair, hä? Das ist ja mega unfair. Hä? Aber ich hab den doch... Gedingst. Äh. Das ist ja unfair. Geh, dann machen wir jetzt einfach so. Vielleicht überleben wir das. Vielleicht überleben wir das sogar. Vielleicht kriegen wir das so hin. Will wir irgendwas hören? Einfach die Maske runter, vielleicht. Warte mal. Oh, mein Gott. Aber wie sollen wir ihn verwenden? Ich hab keine Ahnung. Da steht nur, something I take your power supply fight back. Ja. Aber das Ding ist, ich hab dieses, dieses, ähm, äh, dieses Shocker-Ding doch gemacht. Ich versteh nicht, äh, so wie das, ne? Denk mal, das wird jetzt, ähm, erstmal die letzte Runde sein. Dann werde ich entweder die Aufnahme pausieren und nachher weitermachen oder das Ganze dann als Video hochladen. Dann könnt ihr, wie gesagt, gerne schreiben, ob, falls ich es jetzt nicht schaffe, ähm, ob ich, ähm, das gerne als Livestream, ähm, machen soll. Ähm, oder, äh, einfach nochmal, äh, als separate Folge. So. Beziehungsweise, ob Multistream quasi, oder nur auf YouTube. Mal gucken. Jetzt bist du da schon wieder so. Cam 9, okay. Ah, lol. Man muss das direkt am Anfang machen. Ah, okay. Wir haben immer noch 12 AM und wir haben schon. Wie viel beiden Körperlater? Okay. Okay. Das wird interessant. Okay. Was? Da. Oh, mein. Hä, aber was soll ich denn da machen bei Springtrap? Da steht, let it go through. Ah, ne, let it pass through. It enters from the right. Ja, aber... Ich würde aber auch sagen, das war es dann erstmal für das Video heute. Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich werde das dann nochmal entweder in einem separaten Video oder in einem Livestream, ähm, wieder, äh, ja, spielen. Könnt ihr, wie gesagt, gerne in die, äh, Kommentare schreiben, äh, was ihr davon bevorzugt. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist natürlich blöd, dass wir jetzt nichts geschafft haben, aber nach 6 ist zu OP. Ich kriege, denke, da muss man ja so vieles lernen. Ähm, ich guck mal, ob ich mich da noch ein bisschen vorbereite. Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Twitch.tv slash Verlassener. Und, ähm, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis dann. Ciao. Ciao.